Ich begrüße euch wieder herzlich zu Dead Space. Ja, viel geballert zur Zeit. Ist nicht so mein Ding. Also, ich hab mir jetzt nichts gegen geballert, muss man schon sagen, aber bei Dead Space irgendwie... Bei Dead Space passt das irgendwie nicht. Das ist einfach so. Das muss man mir einfach, äh, muss ich einfach mal so sagen. Ach, ich seh schon, was man machen muss. Ich hab da echt mal ein Auge für, sowas. Dass ich sofort sehe, was Sache ist. Ah, Zaffel! So. Hier waren wir sogar schon mal. Guck mal, was sich da versteckt, ey, so ein Modul. Das hab ich jetzt nicht gewusst. Das wollte ich euch gleich mal als erstes sagen. Erstmal so gucken, ob hier irgendwo Gegner sind. Ich glaub, äh, das ist... Irgendwie konnte man sich doch... Richtig... Ah, ja, mit der Aktion zurück. Naja. Reparieren wir das einfach. Wir sind Techniker, wir gönnen sowas. Natürlich nicht so toll, dass das die ganze Zeit blinkt. Das ist jetzt nicht in meinem... Vielleicht ist jetzt auch mal ein bisschen Gegnerpause. Das kann ja auch mal sein. Es muss ja nicht sein, dass, äh... Ah, ich seh schon. Okay, ja, da sind die falschen Module drin. Wie ihr seht, das muss, äh, diese Rohrleitung hier, die muss... ...genau angebracht sein anscheinend. Äh, nein, 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 raus. Ja, ist aber schön, dass die da noch mal so human sind und sagen, okay, äh, wir lassen die Gegner mal weg. So, etwas da hin, genau. Man blinkt das auch nicht mehr, weil der Shit. Das muss da hin. Ja. Das ist doch mal... Das ist doch mal ganz gut. Da sind noch irgendwelche Geräusche, die machen irgendwelche Monster noch irgendwas. Äh... Nein, 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 nein. Das kommt daneben. Nein, kommt das hier. Ja, ich bin schon ein begnadeter Techniker, das muss man schon sagen. Und das... So, da hinten noch. Energiekanon-Munition. Midi-Pack. Midi-Packs nehme ich immer ganz gerne mit. Das stimmt. Was ist denn das da unten? Ein Schema für... Energiekanon-Munition. Das ist ja nicht wahr. Das ist ja nicht wahr. Geil. So, äh, wir brauchen noch eins. Warte, da ist noch Munition. Die nehmen wir natürlich auch mit. Das ist so klar. Jetzt muss ich nur noch überlegen. Äh... Das ist ja eher gesagt, ich muss nicht überlegen. Ich muss eher sagen, wo ist der letzte Teil? Wo habt ihr das versteckt? Hier, ihr Schweine. Ah. Offensichtlicher geht's ja anscheinend nicht. So. Boah. Nun? Wie? Ah, hier. Die Zentrifuge aktiv. Wir stecken uns mal hier in den Raum. Okay, ich weiß zwar nicht, was ihr jetzt macht, aber... Irgendwas komisch ist. Irgendwas muss ich auch woanders hin. Na ja, rennen wir mal. Ey. Schon cool. Weißt doch nicht, warum einige Behälter hier zu sind. Ich werde euch wahrscheinlich nicht nochmal hinkommen, wenn die... Ich muss zurück. Okay. Boah, dann speichern wir das natürlich mal. Ist ja klar. Kapitel 10, ey. So sieht echt so aus, ob Kapitel 10 echt nur Ishimura ist. Oh, Mann, ey. Du bist doch schon... Alter, was, Zom? Das war... Gut. Irgendwas trinken, ey. Ja, schau. Was ist das denn für ein Flashback? Hm. Geht doch gar nicht klar, ey. Okay, weiter. War das auch hier? Das kann sein, ey. Ich bin ja sicher da, aus dem scheiß Ding hier. Oder aus dem... Oh, Mann, ey. Ich hasse so Löcher. Dementsprechend habe ich mich ordentlich erschrocken, ey. Ellie, die Zentrifuge ist online. Ich gehe zurück zur Bahnhof. Äh. Okay. Ich habe uns fast von der Marietbahn abgekoppelt. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Nein, ey. Oh, Mann. Ein Ventilator. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Unheimlicher, ey. Das haben sie aber noch mal gut gemacht, ey. Haben die echt noch mal so einen kleinen Schocker, ey. Jetzt kommen Gegner, das war ich jetzt schon. Kontimation ging viel zu schnell. Ja, da klatschen schon Freunde an der Wand, ey. Kinder auch noch, ey. Ist ja klar, dass die kleinen Spatzen jetzt hier nicht fehlen dürfen. Mann, ey. Ich habe eine Kack-Position. Wer ist das denn? Der Vater! Was ist das denn, ey? Och, Mann, oh. Er war doch tot. Er lag am Boden. Wie hat er das denn gemacht? Der war doch am Boden. Der lag da tot. Okay, okay. Okay. Andere Strategie. Wenn ich es so wollte, dann machen wir es so. Mach den Kack zu hier. Ja. Kleine Blagen, ey. Und dann sein Vater kommt da noch, die Mutter, ey. Alle da, die ganzen Verwandten, ey. Die ganze Familie ist hier. Zum Kotzen, ey. Zum Kotzen. Mano, Mano, Mano. Das ist mir echt, äh... ein bisschen viel Action. Na gut, das war im ersten Teil ja nicht anders nachher. Zum späteren Verlauf war er auch Action-Loss-Sigur. Ich frag mich jetzt, wie er mich umbringen konnte. Ich möchte dein Vater, bitte. Ich möchte dein Vater, bitte sprechen. Darf er bitte kommen? Das ist mir echt ein kleiner Mongo, ey. So, Faller, bitte. Da bist du, ja? Wir müssen mal ein ernstes Wörtchen reden. Ich bin verseucht, ey. So. Wer boxt mich? Oh, sein Vater, ey noch. Oh, nö. Jetzt ladet... Mann, oh. Nix klappt hier. Noch einer von denen. Es ist zum Kotzen. Da kommen zwei Stück. Zwei verkackte Affen. Warum lehnt der nicht? Oh, Mann. Ich hab doch Heidu genommen. Es ist doch dumm. Was passiert denn hier? Ganz ruhig bleiben. Einfach ganz ruhig. Es ist doch einfach... Es ist kein Ding, ey. Kein Ding. Wenn uns das jetzt gar nicht nochmal passiert, laden wir die ganze Kacke nach. Ey, das kotzt mich so an bei dem Spiel. Du musst jedes Mal so eine verfickten Übermacht, ey. Das ist ja okay, dass das so ist. Also ich bin aber eher dafür, dass man mal die kleine Gegnerwellen macht. Ich steh mir jetzt in die Ecke. Oh, das bringt auch nix, ey. Ach, ich bleib hier stehen. Das war ganz gut. Da kommt dieser eine kleine Pimpf da raus, ey. Der ein bisschen Schaden macht. Ich muss ein bisschen mit der Star jetzt hier arbeiten. Das merke ich schon. Sonst habe ich keine Chance gegen die Schweine. Ich stelle mich auch wieder zu dumm an, ey. Das muss man schon sagen, ey. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, hier beim dritten Mal, dann machen die kurzen Schnippel, die ich das geschafft habe, ey. Das ist ja mal gar nicht mehr, ey. Ist ja das da auch um zwei, komm. So, man muss es nur richtig machen. Noch einer? LADD NACH! Immer in Bewegung bleiben, immer in Bewegung bleiben. LADD NACH! Ich werde zu alt für diese Scheiße, ey. Jedes Mal muss es aufs Neue festgehen. Ich kann nicht mehr... Ich kann jetzt nicht mehr spielen, so was hektisch ist. Das geht einfach nicht. Ich sollte mich echt in anderen... in anderen Genre zulegen, ey. Das ist ja mal gar nicht hier, ey. Das ist ja erschreckend, ey. Erschreckend! Nein. Ach, ey, der Junge, ey. Soll man nicht so durchdrehen. Das ist ja unmöglich, ey. Mein Gott, ich bin auch nicht so irre geworden. Okay, ich sehe ab und zu meine tode Freundin, die mit mir spricht, aber sonst... ist eigentlich alles cool. Ach, ey. Das ist, dass ich noch immer so Leute an der Backe habe, ey. Weißt du, dass ich einfach nicht... alleine meines Weges gehe, ey. Ich bin ein Kacke, ey. Ich bitte dich. Da muss ich ein bisschen früher aufstehen. Das wird so nix. Irgendwie habe ich sogar einmal Stase verballert, ey. Du Sackssicht. Jetzt muss ich den ganzen verkackten Weg zurück, ey. Naja, was soll man machen? Was soll man machen, ey? Was hast du dich so ausgesucht, ey? Wollen wir mal, dass wir auch langsam hier Kapitel 11 anfängt, ey. Kann ja nicht sein, ey. Kapitel 10 ist ja ganz schön lang, ja. Na gut, ich hatte ja schon die Vermutung, hätte ich ja, glaube ich, schon gesagt, dass es bis komplett Kapitel 10 hier in der... in der Ishimura spielt. In der Verkleinerten natürlich hier. Ja, ist ja nicht viel los. Uah. Gucken, ob sie mich jetzt hier auch am Speicherpunkt auflauern, die Schweine. Sieht nicht so aus. Speichern. Erstmal speichern. Und dann kaufen wir noch ein. Äh. Und dann werde ich Schluss machen. Ja, ja. Energiekanone. Können wir ja nicht Sachen kaufen. Kostet nur 900. Das ist super. Äh. Boah, wir kaufen mal noch ein Medipack. Haben wir irgendwas zu verkaufen? Ne. Ich kaufe noch Munition. So. Scheiß drauf, ey. Genug Munition, ey. Yeah, ey. 225 Schuss. Das gefällt mir. So, dann. Abspeichern nochmal. Tun wir jetzt einfach nochmal aus Jux und Dollerei. Zack. Gut, und hier mache ich dann Schluss. War viel, äh, kacke gebaut in der Folge. Aber, na, dann sind wir noch geschafft. Wenn man ein bisschen die Taktik erinnert, ein bisschen mit Stas habe ich da gearbeitet. Ich glaube nicht. Oder doch habe ich. Und dann, äh, läuft es doch. Also, bis dann. Ähm. Äh.